Hi Leute, das ist ein Video, wo es sehr spät ist und ich habe jetzt einfach mal ein spontanes Video gemacht, weil ich gar nicht schlafen kann, also habe ich gesagt, warum mache ich nicht mal abends ein Video, einfach mal, weil ich mache sonst nichts anderes außer jetzt, weil ich heute nicht schlafe. Ich schlafe kann, Musik und Handy spielen und Tablet, sonst tue ich nichts, außer das, und schlägt, wie die ganze Zeit schon, außer ich bin wach, nichts übliches. Hm, wie langweilig, ich bin müde, ich will nicht schlafen, also ich kann nicht schlafen, aber bin müde, so innerlich bin ich müde, aber so will ich nicht schlafen und kann auch nicht schlafen. Hm, sonst ist das nichts. Was kann ich noch erzählen? Was kann man erzählen heute? Hm, was kann ich abends erzählen? Ja, ich war, äh, erstes kam dann Ivan zu mir, so, den kennt ihr, Ivan kam dann zu mir, wir haben dann so ein bisschen Minecraft gezockt, erst mal ein bisschen mit Hund gespielt, dann haben wir Minecraft gezockt, dann waren wir eine Stunde draußen, mit Raveboard, und wir hatten auch Spaß richtig, sind rumgelaufen, also gefahren, und dort nach der Stunde haben wir meinen Hund abgeholt, das wird dann so, wie eine halbe Stunde gassig gegangen, dann hab ich den Hund wieder nach oben gebracht, hier nach Hause, und dann war ich noch ungefähr eine Stunde draußen, nee, 20 Minuten, weil ich, waren wir dann noch alle draußen, also ich, Ivan und Zorn waren wieder noch eine halbe, jetzt 20 Minuten draußen, und die anderen 10 Minuten, also ich war ja nur, hm, ah ja, die anderen 10 Minuten, von 30 bis 40, waren wir noch kurz hier oben, bei mir, ähm, haben ein bisschen gespielt mit meinem Hund, und dann sind wir runtergegangen, so. Und das war mein Tag, dann bin ich nach Hause gegangen, um 16 Uhr, und dann, hm, war nix, hab ich Fernsehen geguckt, Ton gespielt ein bisschen. Der ist auch kaputt, der kleine, hm, kleine. Das war's heute mit dem Video, Abends Video, was auch immer. So, dann spiel ich mal weiter, und guten Abend, oder guten Tag, war noch.